Ja, leider können wir sie auch dieses Jahr nicht rauslassen, unsere drei Könige, damit sie Hausbesuche bei Ihnen zu Hause machen und den Segen persönlich vorbeibringen. Die Pandemie hat es leider wieder unmöglich gemacht. Aber mit diesem Film wollen wir Sie grüßen und mit diesem Film wollen wir den Segen weitergeben. Also schauen Sie sich den Film an, öffnen Sie Ihr Herz, nehmen Sie mit Freude die Botschaft der drei Könige an und vielleicht möchten Sie auch etwas spenden für die Kinder vor allem in Afrika und im Sudan. Herzlichen Dank, ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Einen Engel, einen Engel, Gott, den brauche ich jetzt. Einen Engel, einen Engel, der so richtig fetzt. Einen, der mir, wenn ich penne, einen Tritt gibt, dass ich renne. Einen, der mich, wenn ich fies bin, daran erinnert, dass ich mies bin. Einen, der mich an der Hand fasst und in der Pandemie auf mich aufpasst. Einen, der mit aller Kraft da, wo Corona ist, Heilung schafft. Einen Engel, einen Engel, Gott, den brauche ich jetzt. Einen Engel, einen Engel, der so richtig fetzt. Ich nehm den Michael, ich nehm den Gabriel. Ich nehm den Raphael, ich nehm den Uriel. Ganz egal, welches Modell schick ihn jetzt. Ich brauch ihn schnell. Einen Engel, einen Engel, Gott, den brauche ich jetzt. Einen Engel, Einen Engel, der so richtig fetzt. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich grüß die Leute von Hochdorf sehr. Auch die anderen Leute der Einheit hier. Ich grüß dich und wünsch ein gutes Jahr. Alles Gute! Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Triffe hin, zeig, wo sie steht. Räuchle, du uns voll rein, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Gottes Segen endet nie, auch nicht in der Pandemie. Aus dem Orient, wo die Sonne aufgeht, eine Naravane vor der Tür bei euch steht. Wir singen euch den Königstor. Wir singen euch den Königstor. Walter, sag, das war Melchior. Für die Menschen, Kinder von nah und von fern, singen wir dies Lied und zu euch Gottes Stern. Wir singen euch den Königstor. 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 Er öffnet, hat sein Herz aufgetan, wir helfen Gottes Kinderschaft, das verbringt die Ohrheiterschaft. Er öffnet, er öffnet, er öffnet. Er öffnet, er öffnet.